Lies mal das Buch von Wissensbärt? Okay. Ich hab gerade mal die ersten 50 Seiten gelesen und dann mal ins Quellenverzeichnis geguckt. In manchen Kapiteln ist einfach die Hälfte Wikipedia. Die Kapitel sind mir bisher einfach viel zu kurz. Man kann null in die Geschichten eintauchen. Ich hab das Gefühl, er hat versucht, seinen TikTok-Stil 1 zu 1 in ein Buch zu übertragen und für mich funktioniert das überhaupt nicht. Und fertig. Ich hab zwei große Probleme mit dem Buch. Also abgesehen von denen, die ich bereits genannt habe. Die Themenauswahl finde ich ganz schwierig. Das Cover vermittelt mir irgendwelche friedlichen, schönen, mindblowing Themen. Zum Beispiel, dass Bäume mit ihren Wurzeln untereinander kommunizieren können. Stattdessen gab's 90% Tod und Verderben. Die Welt hat einfach mehr zu bieten als Naturkatastrophen und Waffensysteme, fand ich sehr schade. Und jedes einzelne Kapitel klang vom Titel her wie ein Artikel der Bild-Zeitung. Das ist ein Buch und kein TikTok-Video und da muss wirklich nicht geklickbaitet werden. Von mir gibt es für dieses Buch leider nur anderthalb Sterne. Welches Buch soll ich als nächstes lesen?